Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Songs of Conquest. Weiter geht's. Dann sammeln wir mal ein bisschen was ein. Runde Ben. Runde Ben. Als die Topferdstruppen sich in Kleindorf Haselbrücke näherten, traten die Bauern aus ihren Hütten und jubelten. Eine Kundschafterin in den Farben von Lod verschaffte sich mit den Ellenbogenplatz und drängte sich nach vorn. Hüter Roderick von Lod, er bittet euch seine Grüße. Er würde sich gerne mit euch treffen, um den jährlichen Tribut Lod zu erörtern. Doch Faye und Untote versperrten ihm den Weg. Er erwartete euch im Elfenfort im Südwesten. Danke. Sagt ihm, dass wir nach Elfenfort aufbrechen. Sobald wir können und Kundschafterin gemahne ihn daran, dass Tapferherz den Tribut erwartet und ihn nicht lediglich erörtern will. Oder was auch immer. Kann ich das hier erobern? Das habe ich schon. Aha. Skelettligonäre. 100, was? Zwischen 100 und 250? Oh je. Oh, da sind Ratten. Oh, Ratten. Es macht so viel Spaß hier umzubringen. Achso. Machen wir erst den da, ne? Ne, machen wir die da. Tudududu. Wer lädt noch nach? Wunderschön. Was ist das jetzt? Holzfällerlager. Ah, jetzt geht's. Haselbrücke. Kleine Baustelle. Achso, ich kann jetzt hier was bauen. Und was ist das hier? Kleine Siedlung. Machen wir Bauernhütte für Legonäre oder machen wir... Garnisonsgröße, Fußzoldaten, die Runde. Oh, so ein Wachtturm ist gar nicht so schlecht. Stein, Gold. Schenkel. Machen wir die. Dann haben wir irgendwas. Puh, 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 Puh. Äh, jodename Faye. Wir haben aber nur einen Benkelsänger. Wir müssen hier ein bisschen warten. Weil wir haben ja alles hier in die Armee reingetan. Das hab ich schon wieder vergessen. Oh, halt. Guck mal, jetzt haben wir endlich mal wieder... ...den High Ground. Ha! Nimm das, Anakin. Nimm das, Anakin. Wer hat aber jetzt lange keinen High Ground, ne? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ne, da warten wir einfach. Oh, er kommt auch nicht ran, das ist ja lustig. Weißt du, jetzt hätte ich einfach... ...es überleben die Gegner noch gar nicht, oder? Machen wir lieber. Es überlebt er aber nicht, unser Soldat. Oh, ja, der Benkelsänger. Nein, und ihn auch. Das gibt's doch nicht. Ich dachte gerade... Oh, das ist ein annehbarer Verlust, der Benkelsänger. Und dann... ...beide. Das ist jetzt wieder bei Null, ne? Ne, das ist Stufe 9. Okay. Deine Truppenanlagen Nahkampf-Offensive. Nahkampf-Resistenz. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Oh, sieben Truppen mitnehmen. Ne, wir machen jetzt erstmal Resistenz. Oh, ja. Dankeschön. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen rum. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Nachschub. Der andere Lappen kann ja da oben stehen bleiben erstmal. Ich kann ihn als Nachschub-Transport benutzen. Das ist ne gute Idee. Oh. Warte mal den großen Fake-Kriegen dabei. Ja, ich war Nach... Ich war Truppen-Nachholer. Ich bin tapfer jetzt. Ich mein, das ist auch schon ein ehrbarer Beruf, oder? Aha. Tut mir leid. Ich bin eben erst aufgestanden. Ich habe jetzt keine Lust, den Vorleser zu machen. Aha. Ja. Eine Explosion aus den, äh... Bruchwild... Okay, das klingt jetzt interessant. Das haben wir gesehen. Das klingt nach nem... Golem oder so. Tapfer, aber es wird... Obsiegen. Äh... Kleine Siedlung ist gut zu verteidigen. Ach ja, genau. Aber wie viel ist drin? Hm, egal. Wir haben ja nun endlich Zeit. Ist ja kein Problem. Oh! Gehen wir erstmal gucken, was hier so ist. So, wo ist unser... Hä? Ah ne, hier. Entschuldigung. Oh, da müssen wir auch mal hin. Da waren wir gar nicht. Doch, da waren wir, oder? Puh, die Untoten... Ja, ich meine, das müsste auch gehen. Aber ich will's jetzt nicht drauf anlegen. Wir gehen erstmal weiter gucken. Es gibt nichts besseres. Aha. Jetzt haben wir wieder 20 Beckelsänger. Dass ich mich mal darüber freuen würde. Oh, ne Siedlung. Große Siedlung. Das ist eigentlich ein Fort. Wo ist denn Dingens? Ah, er lebt noch. Roderick von Loth. Ein Mann, dessen Ehrenkoneks von allen geachtet wurde. Ich dachte, er redet jetzt von seinem Antlitz. Ist das ein Magier? Roderick. Sehr erfreut. Eure Truppen haben schon einiges mitgemacht. Habt ihr den Tribut? Oder hat euch Baron Aldus nur Ausreden mitgegeben? Der Tribut. Ist grad nichts Wichtiges, oder? Ich meine, da hieß alles kaputt. Und wir sagen so, was mit dem Tribut? Ist der noch da? Wir sind in ein paar kleinere Schwierigkeiten geraten. Und habe kein Tribut. Doch Baron Aldus von Loth entsandte mich stattdessen die Siedlung Eichenfort und alle ihre Einnahmen des ganzen nächsten Jahres als Entschädigungen zu offerieren. Sie hat doch gesagt, es ist nichts zu offerieren. Also zu handeln, ne? Solche Einnahmen dürfte es kaum geben, wenn die Bedrohung durch die Fähne nicht angegangen wird. Sagt Baron, dass ich die Streitkräfte von Loth benötige, um mit dieser Bedrohung fertig zu werden. Ich habe genug eigene Probleme, um die ich mich kümmern muss. Die Baronin von Loth... Achso, die Baronie von Loth steht jederzeit bereit, die Interessen ihrer Verbündeten zu verteidigen. Baron Aldus ist über die Bedrohung durch die Fähne unterrichtet und bereits mit einem Heer im Anmarsch, um jeden Widerstand gegen die friedlichen und florieren des Arleons zu brechen. Es sieht aber nicht danach aus. Frieden und Wohlstand. Wie zu Zeiten Kaiserin Aurelias. Auch ich sehne das herbei, aber zuerst müssen wir uns um die Fee kümmern. Werd ihr euch mir anschließen? Ich muss mich eilen, den Baronen durch die Wälder zu geleiten, aber es wäre mir eine Ehre, in dem anstehenden Konflikt an eurer Seite zu stehen. Lebt wohl, Cecilia Tapferz. Okay, der kommt bestimmt nachher wieder. Gute Reise. So. So, jetzt kommen wir aber mal hier. Ähm... Oh, das ist aber blöd. Das haben wir ja nur so... Äh... Ach, wir können ja noch upgraden, ne? Wursch. Ähm... Steinbuch? Wir haben keine Steine. Steinbuch. Okay, dann müssen wir jetzt mal warten. Was fehlt denn, um irgendwas zu bauen? Geld? Ähm... Sägewerk haben wir plus zwei. Steine haben wir jetzt auch. Gold? Haben wir ja ein bisschen. Bauen wir mal... Also Bauernhütte... Haben wir eigentlich, aber machen wir noch eine. Kaserne. Herr damit. Dann wollen wir jetzt noch eine Bauernhütte, würde ich sagen. Also mich juckt es in den Fingern, endlich den, 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 den normalen Modus zu spielen. Aber die Kampagne, obwohl man mit den Runden so skippen kann, ist schon ziemlich cool irgendwo. Was ist jetzt so entspannt. Aber... Aber ich will schon echt, äh... Sandbox-Modus mal spielen. Das ist richtig hart, glaube ich. Ähm... Machen wir noch einen Bauernhof. So, wie sieht's denn hier? Aus? Ich bin schon wieder zum Fallschirm gegangen. Müssen wir mit ihm jetzt auch runter gehen? Alter, sind wir weit gegangen. Das gibt's doch nicht. So. Wenn ich jetzt drücke, geht der von selbst? Schade. Was ist das hier? Achso. Also... Ah, guck mal. Hier haben wir... Überleg. Kleine Süden-Großsiedlung, wo was breit ist. Das ist gut. Sehr gut. Ah, ich kann doch glatt ausdrücken. Okay, wir haben jetzt 50 Armbrustschützen plus nochmal einen Schuss. Ähm... Wie viele Ritter haben wir denn? Ich glaube, das sind zumindest 13. Ähm... Große Rüstkammer. Akademie. Kaserne Marktplatz. Ich meine, Marktplatz wäre immer nicht schlecht, aber... Soartig haben wir es nicht. Mit ihm bleiben wir noch hier. Jo, das dürfte reichen erstmal, oder? Dann gehen wir nochmal hoch. Mit ihm rüsten wir uns dann mal ein bisschen auf. Dann lassen wir das jetzt mal so. Wir gehen jetzt direkt hoch. Und zwar nach da. Ich will das jetzt noch absolvieren, damit wir da hinter uns... ...durch sind. Ja, ich weiß. Bin dran vorbeigelatscht. Zweimal. Ach du Scheiße. Nee, nee, nee. Boah, die sind übel. Komm, wir machen mal die Ecke noch. Aber ich wette, da offenbart sich auch ziemlich viel. The tender will suddenly grow quiet. Cold. Every wielder could sense that something had risen. Oh, oh. Was passiert jetzt mit dem Dorf? Wir gehen jetzt mal schnell hier in den Wald rein. Oh. Man hat ja keine Zeit irgendwie auf die höheren Ebenen zu gehen, oder so, oder? Wir warten noch. Oh, das war schwer. Gott sei Dank habe ich es geschafft. Aber ich bin ja auch der Beste. Wusch. Wusch. Ein paar neue Schuhe sind schön. Guck mal, jetzt gucken wir noch mal, was wir so haben. Ist das denn? Das ist Haupthand. Okay, gut. Sehr gut. Das ist leider kein Item-Vergleich. Sieben, sieben. Oh, warte mal. Wir können auch den anderen auch noch aufwerten. Aber wir wissen nicht, ob wir ihn behalten dürfen, oder? Handschuhe, blaue. Die müssen bessere. Die machen 100 Gold, die Runde. Ich würde gerne wissen, wie. Okay, nein. Ich will es gar nicht wissen. Lieber nicht. Okay. Jetzt sind wir doch hier. Ich wollte eigentlich die Untoten töten. Oh doch. Ach du Scheiße. Das ist ja echt ein beweglicher Gegner. Ein beweglicher. Da müssen wir jetzt hin. Krass. Aber das ist aber... Das sind nicht die Söldner, oder so. Oh, das sind Ziegenlappen. Oh man, der ist so schnell. Ich habe ein bisschen Angst immer. Nee, wir bleiben stehen. Wir gehen nur mal hier vorne hin. Adios Muchachos. Wusch. Okay. Merkode. 100 bis 250. Ja, den müssen wir mal ausrüsten hier. Und den müssen wir auf jeden Fall mal pimpen, den Typen hier. Ähm. Die Ratten schaffen wir ja wohl, oder? Jetzt gehen wir erstmal hier oben hin. Ach du Scheiße. Nächster Freundchen. Haha. Ja. Ach, ich kann die auch verbessern. Ach, ich kann die Siedlung auch verbessern. Ein hühnerhaftes Geschöpf in uneiter Rüstung führte diese Armee an. Eid gebunden. Eid gebunden. An sie gebunden. Hüter der Präsenz ist... Eure Präsenz ist wieder natürlich. Was ist eure Absicht? Eid gebunden zu erobern. Das sagten andere eurer Art auch. Nun sind... Äh... Nun sind sie ausgelöscht. Tja, das stimmt. Niemand ist wie ich. Ich brannte die Baumhütten nieder. Ich tötete die Drachen. Ich unterwarf Patrium und du bist nichts. Okay, das wollen wir sehen. Alter, ich bin auf der Seite. Ähm, okay. Äh, was auch immer. Also warum ich nicht überall mich auf der Seite platzieren darf, ist blöd. Ach du Scheiße. Äh... Tüdelü. Ich hab keinen Zauberspruch bis jetzt. Oh Scheiße. Ähm... Die müssen weg. Ach du Scheiße. Wir kommen da nicht weg. Ja. Das war's. Scheiße. Ach du Scheiße. Boah. Naja, ich wollte ja unbedingt, ne? Guck mal. Ich wollte ja unbedingt. Guck mal, ich hab... Es wurde gelootet, aber es ist auch jetzt direkt vorbei. Machen wir mal den Autosave. So, das war die Geschichte, Credits. Hehe. Ende. Okay. Ok, da ist der Typ, uns mit dem Anlegen ist erstmal noch nicht drin, wir machen jetzt die Fae und die da. Schnelle Schlacht. Sehr schön. Jetzt looten wir unten erstmal alles und hier unten müssen wir so richtig reinhauen. Info? Ach, ich habe die anderen Sachen noch gar nicht rekrutiert. Yeah! Oh man, wir müssen jetzt aber sowas von mal... Was ist das? Items abgeben. Sorry, ich habe meinen Satz nicht beendet. Gut, das haben wir ja Gott sei Dank noch gemacht. Wo ist das Schwert? Ah, ok. Fae Adelige? Menschenschmutz? Geht oder vergeht? Warum greift uns eure Art an? Ihr habt uns keine Wahl gelassen, euer Tun spricht für sich. Wahrscheinlich sind die Typen da oben, der da ist, haben bestimmt die Fae angegriffen oder so. Geht in eure Wildnis zurück niemals, bla 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 bla. Ja, ist immer das gleiche. Oh man, die können bestimmt zaubern. Ich bleibe stehen. Ja, das wäre ein Kampf. Ach, ich kann auch von da schießen, ich trottel. Oh, oh, macht es gut. Okay. Oh man, nur einen. Und den Angreifen ist zu weit. Tut mir schon ein bisschen leid. Ähm. Ja, wir brauchen mehr Nahkampfresistenz, glaube ich. Das müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen ballern. Okay. Der war auch durch, okay. Oh man, der macht mir alles kaputt. Machen wir die Ratten weg? Okay. Ja. Ja. Ähm. Ach so. 52, ach du Scheiß. Oh Gott, das ist ein Riesenhaufen Oh Alter, da kommt die nächste Niederlage Du schaffst es, ich glaube an dich Ach, das war's Okay Scheiße Könne ich mich zurückziehen Das sind einfach nur Hindernisse Initiative Ich glaube, er darf umfallen, oder? Ist er dann komplett tot? Jetzt sag nicht, das Spiel ist auch vorbei Das wäre jetzt dämlich Nee, es geht weiter, gut Okay Er ist tot Dauerhaft auflösen Wir müssen mal gleich gucken Schimmergewebe bin immer mit Obwohl, ich habe Schimmergewebe Ein Bogen Oh, Feihorn Kriegsbogen Halt Oh, Scheiße Jagd er mich? Oh Gott Komm ich überhaupt noch raus Schnell, schnell, schnell Das ist noch einer Oh, Scheiße Oh, Scheiße Wir gehen mal einen kleinen Umweg Nein, mein Garnison Nein, mein Garnison Scheiße Den schaffe ich aber nicht Und laden Ich habe schon verstanden Ich habe schon verstanden Warte mal Wir nehmen nochmal den Wir hauen ab Wir gehen nach Hause Wir gehen nach Hause Ich muss meine Armee höher Aufrüsten Ich brauche viel mehr Nahkämpfer Okay Wir nehmen noch das mit Und jetzt gehen wir Dann bleiben wir mit dem Anderen noch am Leben Ja, ja, ja Ach, da kommt jetzt Ich habe noch eine Präsenz Getriggert Wahrscheinlich hinter uns Ne, wir nehmen die EP Ich bin doch nicht blöd Nicht so wie letztes Mal Nee Ich könnte da ja Wachen reintun Ich muss mich beeilen Sonst hängt er mich wieder ab Sehr gut Steuern Einkommen 100 Gold Schalten sie 7 Truppen frei Mehr Nahkampfresistenz So, jetzt haben wir noch genug Davon geballert Wir gehen direkt hier lang Alter, scheiße, ist der schnell Scheiße, das gibt's doch nicht Okay Ich könnte da unten lang gehen, aber dann Oh, shit Achso, muss ich fein Ja Hä Ah Achso, viel wie möglich Achso Mit dem Hüter verteidigen Ah Das ist natürlich einiges cooler Ich hätte hier mehr machen müssen Ja Ich glaube, wir müssen sogar neu starten Also wenn ich jetzt Er kommt tatsächlich Ey, du bist doch gar nicht so nah Komm, ich spiele das nochmal Wenn wir das verkacken Starten wir nächste Folge neu Und dann baue ich die Dorf auch viel besser aus Alter, was ein Start, oder? Das kratzt ihn halt nicht Los Ah Hat der gerade erst so echt so ein Quieken von sich gegeben? Interessiert ihn nicht Ach du Scheiße Ohohoho Hm, mir kommt er nicht mehr weg Lebend Das war's Nein, läutere mich nicht Aber ich bin sehr froh Dass wir endlich gefordert werden Das ist definitiv cool Bin gespannt Wie lange ich es cool finde Gut, dann machen wir das nächste Folge, liebe Leute Es wird spannend Wir starten neu Und dann bereiten wir uns auf den Ansturm vor Wusch Wir beenden mit der Niederlage Und bis dahin wie immer Haut rein, Leute Ich bin sehr froh, bis heute